Einen wundervollen guten Abend an euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht im Wohnzimmer, denn dieses Jahr kommt das 35. Kaleidophon direkt zu euch nach Hause. Und ich heiße herzlich willkommen uns paar liebe Menschen hier im Raum, direkt vor Ort in Ulrichsberg. Ja, wie Sie sehen, haben die Musiker hinter mir schon Platz genommen. Wir sind bei Tag 2 von 3 mit jeweils zwei Live-Konzerten direkt hier vor Ort, die dank unseres lieben Florian Gruber und Markus Lubey, die direkt vor Ort eben Kamera- und Bildtechnik machen, zu euch nach Hause geliefert wird, über die Streaming-Plattform Echo Räume. Und da möchte ich mich auch bedanken bei Dieter Kovacic und Arnold Haberl von der Streaming-Plattform Echo Räume, dass sie das Ganze möglich machen und möchte mit der Danksagung gleich noch weitermachen, weil sie auch da ist, liebe Nina Polaschek, stellvertretend für den ORF und Frank Kämpfer vom DLF. Denn, ihr Lieben, es wird nicht nur gestern, heute und morgen direkt live Übertragung geben, sondern auch Zusammenschnitte dieser Konzerte. Genaureis dazu findet man auf der Homepage vom Jazzatelier.at. Oder wer es sich gleich hinter die Ohren schreiben möchte oder sonst in den Kalender, am 21. und 28. Mai gibt es in der ORF Sendereihe Zeitton, also Ö1 Sendereihe Zeitton, Konzertzusammenschnitte. Und am 17. Juli ein Kaleidophon-Feature im Deutschlandfunk. So, meine Lieben, dann lasse ich Sie nicht mehr lange warten, denn hinter mir hat schon ein Streichquartett Platz genommen. Ein Deutsch-Lissabon-Brücke, eine Deutschland-Lissabon-Brücke quasi. Und zwar begrüßen Sie mit mir Dietrich Petzold an der Violine und Viola, Ernesto Rodriguez an der Viola, sein Sohn Guerme Rodriguez am Cello und Matthias Bauer am Kontrabass. Applaus 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 Das war's. 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 Das war's.